Doktrin und Jasmin. Solama muss man den Bogen rausnehmen. Ein Sonnensänger mit Doktrin und Osiris-Sniper mit Hidden Hand. Der hat doppelt Nahkampf, gell? Armgraber. Und ein Verteidiger mit Plan B und Schmähung. Oh Gott, lass euch nicht von der Schmähung gehen. Der hat jedes Mann Überschild dann. Und die Bubble... Nicht, wenn der Bogen auf die Bubble schießt. Das bringt gar nichts. Einfach wegbleiben, wenn er eine Bubble macht. Auf jeden Fall nicht die auf die Zone setzen lassen. Wenn er die auf die Zone setzt, dann werden wir lieber laggt. Der wird die eh wahrscheinlich auf die Zone setzen. Ja, wenn's knapp wird. Du musst mal gucken, was das für eine Bubble ist. Wenn's keine Panzerung ist, dann können wir sie noch theoretisch ausschalten. Ansonsten hast du halt keine Chance da drin. Ist Panzerung mit niedriger Abklingzeit. Der wird's auf jeden Fall versuchen auf die Zone zu setzen. Also nicht deren Super aufladen lassen. Einfach die wegmachen vorher. Gleich mal Nades drin. Ja, die sind schon offensiv. Boah, das machen die auch. Boah, fuck. Ja, sauber. Schöne Granate. Nice. Rechts ist einer und einer kommt links. Ja, der kommt da. Der hat mich getroffen. Aha, ich hab ihn mit einem Schuss weggeholt, weil wir ihn angeschossen haben. Nein. Ich hab ihn auch getroffen mit der Sniper. Ey, der hat mich... Das war die erste Feuerplatzgranate, die mich getroffen hat im Schattenschritt. WTF, Mann. Hab ich schon zu spät gemacht oder so. Keine Ahnung. Naja, aber die machen wir weg. Das soll echt kein Problem sein. Die pushen wieder Hardcore. 0, 9, 1, 3, 1, 2. God, die ist... Geschossen. Ah, der sitzt da mit der Tlarlock, oder mit irgendeinem Scoutgewehr. In the week. Hungarian oder wie das heißt. Ah, der hat das nix mehr in der Mitte. Ja. Push dich mal nicht. Einer steht im Rauch. Ich weiß, wer zu einer kommt. Schönes Ding. Rechts von uns. Pass auf. Hol mich. Hol mich. Der rennt weg. Hol mich. Der steht noch draußen. Ja, der steht da noch. Der kommt jetzt rechts. Letzis bei mir. Der rennt zu dir. Schönes Ding. Ja, der ist so schön einfach. Ich hab keine Muni. Ja, ich hab auch noch vier Schüsse. Das passt schon. Ja, der Titan pusht Hardcore in der Schnee. Ja, das ist wieder so'n Scheißspiel. Ja. Ja gut, wenn ich eben nicht die ganze Zeit daneben geschossen hätte, wäre der auch schon tot gewesen. Trefft ihr den ja nicht. Push mal eine Zuse, ja. Ich will eben gerne nur schuhen. Ey, ich brenne schon wieder. Komm mal zurück, komm mal zurück. Ja. Verbrenne. Ich verbrenne von einer Granate. Könnte ich aber safe wieder, weil der mich ganz hinten in der Base. Das ist n Dreck. Ich war fast gestorben, ey. Das ist ja... Er hat mich nicht genommen. So, auf der pusht einer. Irgendwo hier war einer. Oh, da. Muni aufmachen. Ist... Ja, Muni. Glaub der ist unten oder was? Nein. Keine Ahnung, ja. Ach, der ist unten. Ich geh mal rechts rum. Ja? Oh, der ist so low. Ich versuchte immer von unten zu sniden. Ja, ich kann nicht. Ich muss erstmal speziell monitieren. Ich geh auf die... Fuck, da hinten in der Base sitzt auch einer. Ja. Wenn du... Was wurde sicherlich zurückgehen? Weil die wissen jetzt, dass du da rein gehst. Ja, Muni. Ja, Muni. Ich versuch den... Ich will den Neid aus der Mitte sein. Könnt ihr mich decken hier? Könnt ihr... Könnt ihr zu mir verschieben? Ich kann... Ne... Ne, aber hier liegt auch nochmal ein Spezial. Ich hab den Titan da oben. Da ist noch ein Titan. 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 Der müsste im Rauch stehen. Nein. Pass auf, der kommt zu dir ein Monster. Auf jeden Fall. Ja, der hat nichts mehr. Hab ihn getroffen. Der steht bei mir. Scheiße. Der steht bei meiner Leiste. Der steht bei meiner Leiste. Bei meiner Leiste. Hab beide da hinten rechts. Ja, der... Ja, der... Jetzt läuft er weg. Jetzt hol mich. Hol mich. Der ist jetzt runter gehüpft. Was? Hast du es holen? Der ist jetzt aber unten gehüpft. Unten. Da kommt er. Der ist weg. Na, 10 Schuss. Na, ich krieg den wieder nicht. Keine Chance. Oh, noch 10 Schuss. Oh, wie lange ich an dem vorbeigesnive. Weil ich nur so einen Millimeter von seinem Kopf gesehen hab. Der wäre dann mal längst tot gewesen. Die checken es doch nicht. Ich nehm auf. Naja, ich nehm auf. Ich hab zwar einen Bogen, aber das bringt nichts. Ich hebe lieber den Bogen für nächste Runde auf und stehe ihn hier zu verschwenden. Na ja, dann mach ich lieber so weg. Ja, will ich auch. Guck mal, ja. Der soll lieber so lassen, aber ich mein Fehler nicht. Ich hab jetzt MG drin. Das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Das war mein Fehler. Sag mal an, wo die stehen ungefähr. Dass wir den nicht reinlaufen. Einer zieht aus von der Mitte. Einer, zwei, einer, drei eigentlich. Sind bei dir überhaupt welche? Stehen alle drin. Stehen alle drin. Einer, zwei links. Boah, da sitzt direkt einer auf deiner Leiche. Die anderen zwei sind jetzt weg. Die laufen zu denen er spawnt. Ach, scheiße, Mann. Zwei Schieße verloren. Also bei mir sehen wir jetzt mal keine. Im Moment. Ah, schönes Ding. Ich bin da unten hoch. Ich versuche zu besmipen. Ja. Ja, hab einen. Sauber. Äh, der letzte bei mir läuft jetzt weg. Ich kann's nicht sagen. Mach mal. Gern mal da drin, Lightning oder? Äh, der kommt jetzt. Dürfte jetzt kommen. Ja, rechts kommt er. Ja, kommt, 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 kommt. Er hat noch einen Rocket, denk ich. Der hat schon zwei verschossen. Ich geh jetzt zurück. Wo ist er? Ja, Mitte, Mitte, Mitte. Ich bin jetzt runter. Der hat nichts mehr. Er ist One-Shot. Der ist One-Shot. Kannst mich holen. Hol mich. Ja, der hat keine Raketen mehr. Hol mich. Der guckt mit der Sniper. Der guckt dich. Duck dich, duck dich, duck dich. Ja. Ja, da ist Schattenschutz weg. Ja, der brennt. Ich hol ihn mir. Ich hab den. Einer hat den wieder geholt. Ich geh auf die Zone und belebe den Seil wieder. Er hat ne Bubble da oben gemacht. Ja, hol ab da. Ja, in die, in die Ding rein. Zone. Nicht alle, nicht alle. Nein, alle. Bleibt hier vorne stehen. Bleibt hier vorne stehen. Wir fressen sonst super. Ich geh weg. Ich geh weg. Einer low. Einer tot. Da hinten ist einer auf der Zone. Hab ihn auch. Hab ihn. Nein. Sauber. 3,2,2,2,2,2,2,2,2. Ey, aber der Titan, ganz ehrlich, hab der den mit dem MGE. Das kann nicht sein. Wirklich noch so Millimeter da ist er weggekommen. Das ist aber halt ein Schuss noch. So. Ich hab Rauch. Rauch vor dem Wind. Jetzt ruft die Academy an. Ja, der killt mich von rechts. Rechts in der Mitte am Baum sitzt da mit dem Scout Gewehr. Der hat mich angeschossen. Der kommt, der kommt hinter dir mit Shotgun. Der kommt. Hau ab. Geh weg, ja. Ich belebe mich gleich wieder. Ja, hol mich dann direkt. Ja, belebe dich jetzt. Belebe dich jetzt. Es ist keiner mehr. Und hol mich. Und dann wirft Kanaten drauf. Einer ist bei mir. Einer ist bei mir. Den können wir den holen. Der ist bei mir. Der läuft jetzt. Der kommt. Der kommt. Ich schiege jetzt. Ja, super ey. Ich wollte dann in Deckung gehen und stehe trotzdem noch im Bild. Nee, das kann doch nicht sein. Ich hab mit der Doktrine, glaub, innerhalb von 30 Sekunden runter geschossen. Was mit deinem Super? Das kann doch nicht sein, oder? Ich hab auf den auch noch geschossen. Ich hab noch ein letzten Wort von hinten auf den geballert. Ey, wie schnell man immer tot ist als Sonnensänger. Wie langsam die anderen dann sterben. Das wäre echt krass. Ja. Wobei ich mich doch nicht wohlgekriegen, Sonnensänger. Ich hab da. Einer von der Mitte. Der kommt. Ja, der hat mich mit sogar knelt. Granate, ey. Der sitzt da auf der Leiche. Pass auf. Mein Gott. Ja, die sitzen da alle. Versuch die Runde nicht ganz so lang zu machen, wenn du eh keine Chance hast. Die sitzen da mit Shotgun. Ich keine Ahnung, was du da jetzt machen willst. Wirf halt ne Feuerblitzgranate rein. Da oben sitzt direkt an deinem Eck. Hast du ne Granate? Sag ich dir, wo du sie hinwerfen musst. Ich nehm ja gar nicht mehr die nächste Runde. Da oben ist einer. Da ist einer. Ja, jetzt geh drauf und wirf ne Feuerblitzgranate rein. Hinter dir. Oder? Na, da ist oben. Na, fuck. Ohhhh. Hey, Mann, was ich für'n Pech hab. Der kommt halt reingelaufen und wirft eine Magnetgranate. Und dann werd ich halt nicht wiederbelebt und bin tot. Das ist halt meine Runde. Ich geh mal rechts außen den Titan-Snapen. Man geht immer oben und lenkt die da ab. Ich hab'n Bogen dann auch noch mal gleich. Ich hab'n Bogen dann auch noch mal gleich. Ich hab'n Bock immer von dem hinten zu fixieren. Ich bin immer glücklich wiegt von den scheiß Granaten. Hab'n Titan. Push, push, push auf den bitte. Ja, push. Ich bin schon dran. Ich hab'n Bogen. Die da kommen hab' ich so. Einer brennt. Ich bin down. Ach. Ja. Die Nails mit dem Nitz. So pushen wir dann. Das kann doch nicht sein. Ihr müsst doch untenrum pushen, wenn der Außen tot ist. Geht halt einfach außen runter und helft mir. Und spreck nicht da oben. Och komm, ey. Ich hab'n Bogen und hab'n down. Ihr müsst doch nur zu mir kommen dann. Ihr dürft ja nicht bei denen langlaufen. Ich muss ja... Leute. Ja, außen. Ich hab doch gesagt, ich hol' mir den außen. Dann hab' ich natürlich den außen. Okay. Ich bin wieder außen. Ich hab' Bock immer von hinten gefickt zu werden. Von diesen skammligen Teilen. Nein, das hat da Rauch hängen. Ach, ficken. Die sind oben schon auf der Zone. Draußen. Ja, hier ist einer. Hinter mir. Lass mich auf die Zone verschieben. Kommt mal doch zur Zone. Die sind alle viel zu weit auseinander. Jetzt ruft die Karte mich nochmal an. Wie weißt du, dass ich jetzt Osiris spiele? Ja. Ab mich. Ich fliege safe. Naja, nicht safe. Aber... Die kommen jetzt... Nice. Und mich. Ja klar. Ja, der kann nicht pushen. Ja, der S gibt's... Ah, sauber. Der ist genau im Bogen. Ach, das ist ein Hammer, ey. Der andere killt mich halt instant mit... Ja, nice. Killt mich halt instant mit seinem Scheiß-Super-Woller im Bogen steht. Spannend gemacht. Ey, weißt du, wie er es jetzt war, ey? Ich lauf' hoch zu sein, snipe beide weg. Rutsch ist und zünde den Hammer. Der war aber im Bogen, oder? Der Hammer. Der Hammer ist noch mit zwei aufgerechnet. Ich hab einfach voll auf den drauf geschossen. Mein Gott, ey, wie die mich jedes Mal weggenutzt haben. Ja, lass mal kurz rausgehen. Cardio ruft mich die ganze Zeit an. Ich geh mal kurz ins Telefon, äh... Ich geh mal kurz raus. Danke.